Sind Sie täglich mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert, die sich aus der sich ständig verändernden Landschaft der psychischen Gesundheit ergeben? In diesem Zusammenhang, wie könnte systemische Therapie nicht nur Ihre Arbeit, sondern auch die öffentliche Gesundheit revolutionieren? Lassen Sie uns diesen faszinierenden Weg gemeinsam erkunden. Kurze Einführung in die systemische Therapie und ihre wachsende Bedeutung Systemische Therapie, oft als ein revolutionärer Ansatz in der Welt der Psychotherapie angesehen, betrachtet psychische Probleme nicht isoliert, sondern im Kontext sozialer Systeme wie Familie, Partnerschaften und Arbeitsumgebungen. Ursprünglich aus der Familientherapie entstanden, hat sich die systemische Therapie zu einer umfassenden Herangehensweise entwickelt, die Individuen in ihrem sozialen und Relation all den Umfeld betrachtet. Was sie besonders macht, ist ihr Fokus auf die Interaktionen und Beziehungsdynamiken, die psychische Gesundheitsprobleme beeinflussen können. In einer Zeit, in der die Komplexität psychischer Störungen zunimmt, bietet die systemische Therapie innovative Perspektiven und Techniken, die weit über traditionelle Ansätze hinausgehen. Für sie als Therapeut bietet dies eine bereichernde Erweiterung ihres therapeutischen Repertoires, die es ihnen ermöglicht, ihren Klienten ganzheitliche und effektivere Behandlungsmöglichkeiten anzubieten. Die Bedeutung der kontinuierlichen Fortbildung für erfahrene Psychotherapeuten Als erfahrener Psychotherapeut wissen sie, wie wichtig es ist, am Puls der Zeit zu bleiben und ihr Fachwissen kontinuierlich zu erweitern. In einem Berufsfeld, das so dynamisch und sich ständig weiterentwickelt wie die Psychotherapie, ist lebenslanges Lernen unerlässlich. Die Auseinandersetzung mit neuen Therapieformen wie der systemischen Therapie ist nicht nur eine Bereicherung für ihre berufliche Praxis, sondern auch eine Investition in ihre persönliche Entwicklung. Durch das Erlernen neuer Ansätze und Techniken können sie ihren Klienten wirksamere und maßgeschneiderte Behandlungen bieten und damit einen tieferen, nachhaltigeren Einfluss auf deren Leben haben. Darüber hinaus eröffnet ihnen die kontinuierliche Fortbildung die Möglichkeit, ihre eigene Perspektive zu erweitern, neue berufliche Netzwerke zu knüpfen und sich als Experte in ihrem Fachgebiet weiter zu etablieren. In diesem Artikel wollen wir ihnen nicht nur theoretisches Wissen vermitteln, sondern auch praktische Anwendungen und Fallstudien vorstellen, die ihnen zeigen, wie systemische Therapie in der täglichen Praxis umgesetzt werden kann. Lassen Sie uns diese Reise gemeinsam beginnen. Was ist systemische Therapie? Einfache Erklärung des Konzepts der systemischen Therapie Die systemische Therapie ist ein Ansatz, der die Bedeutung von Beziehungen und Interaktionen zwischen Menschen in den Vordergrund stellt. Anstatt sich ausschließlich auf das Individuum zu konzentrieren, bezieht diese Therapieform die verschiedenen Systeme ein, in denen eine Person lebt und agiert, wie die Familie, Freundschaften, Arbeitskollegen und die breitere Gemeinschaft. Der zentrale Gedanke ist, dass individuelles Verhalten und Erleben stark von diesen sozialen Netzwerken beeinflusst wird. Die Therapie zielt darauf ab, nicht nur das Individuum, sondern auch dessen Beziehungen und Interaktionen innerhalb dieser Systeme zu verstehen und zu verbessern. Dies bietet eine ganzheitliche Sichtweise auf psychische Probleme und fördert Lösungen, die sowohl das Individuum als auch sein soziales Umfeld berücksichtigen. Historischer Überblick und Entwicklung der systemischen Therapie Die Wurzeln der systemischen Therapie liegen in der Familientherapie der 1950er Jahre. Sie entwickelte sich aus der Erkenntnis, dass individuelle Probleme oft in den Beziehungsdynamiken innerhalb der Familie verwurzelt sind. Pioniere wie Virginia Satir und Murray Bowen trugen wesentlich zur Entwicklung dieser Therapieform bei. Im Laufe der Jahre hat sich die systemische Therapie weiterentwickelt und verschiedene Schulen und Richtungen hervorgebracht. Sie integriert heute Konzepte aus der Kommunikationstheorie, der Systemtheorie und der Konstruktivismustheorie. Diese Entwicklung spiegelt das wachsende Verständnis wider, das menschliches Verhalten und Erleben in einem komplexen System von Beziehungen und Interaktionen eingebettet ist. Für sie als Psychotherapeut bietet diese historische Perspektive einen wertvollen Kontext, um die Entstehung und Bedeutung systemischer Ansätze in der modernen Psychotherapie zu verstehen. Grundlegende Prinzipien und Techniken Die systemische Therapie basiert auf einigen Schlüsselprinzipien. Erstens, der Glaube an die Fähigkeit des Systems zur Selbstorganisation und Veränderung. Zweitens, die Betrachtung von Problemen durch die Linse von Beziehungsmustern statt individueller Pathologien. Und drittens, die Bedeutung der Sprache und Kommunikation in der Gestaltung unserer Realität. Zu den Techniken gehören unter anderem das zirkuläre Fragen, um unterschiedliche Perspektiven innerhalb des Systems zu erforschen, das Reframing, um Probleme in einem neuen Licht zu sehen, und das Einbeziehen von Genogrammen, um familiäre Muster zu verstehen. Diese Prinzipien und Techniken ermöglichen es Ihnen, Ihre Klienten auf eine Weise zu unterstützen, die über die individuelle Symptombehandlung hinausgeht und sich auf die Stärkung des gesamten Systems konzentriert. Insgesamt bietet die systemische Therapie eine reiche und vielschichtige Perspektive, die Ihnen als Psychotherapeut hilft, Ihre Klienten in einem breiteren Kontext zu verstehen und zu unterstützen. Im nächsten Abschnitt werden wir uns ansehen, wie diese Theorie in der Praxis umgesetzt wird. Systemische Therapie in der Praxis Fallbeispiele Wie wird systemische Therapie angewendet? Um die Anwendung der systemischen Therapie zu veranschaulichen, betrachten wir ein Fallbeispiel. Nehmen wir an, ein Klient kommt mit Symptomen von Stress und Angst in die Therapie. Statt sich ausschließlich auf die individuellen Symptome zu konzentrieren, würde ein systemischer Therapeut den breiteren Kontext des Klienten erforschen. Dazu könnte gehören, wie familiäre Beziehungen, Arbeitsumfeld und soziale Interaktionen zum Stress beitragen. Der Therapeut könnte Techniken wie zirkuläres Fragen verwenden, um dem Klienten zu helfen, seine Situation aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und zu verstehen, wie bestimmte Beziehungsmuster zu seinem Stress beitragen. Durch diese ganzheitliche Betrachtungsweise kann der Klient neue Einsichten gewinnen und effektivere Strategien zur Bewältigung seiner Probleme entwickeln. Unterschiede zu anderen Therapieformen und deren Einzigartigkeit Im Vergleich zu anderen Therapieformen wie der kognitiven Verhaltenstherapie oder der Psychoanalyse zeichnet sich die systemische Therapie durch ihren Fokus auf soziale und relationale Kontexte aus. Während andere Ansätze sich hauptsächlich auf das Individuum konzentrieren, bezieht die systemische Therapie das umfassende Netzwerk von Beziehungen, in dem ein Individuum lebt, mit ein. Diese Perspektive erkennt an, dass Verhaltensweisen und Gedankenmuster nicht nur persönliche, sondern auch soziale und interpersonelle Ursprünge haben. Die Einzigartigkeit der systemischen Therapie liegt darin, dass sie nicht nur nach Lösungen für individuelle Symptome sucht, sondern auch nach Wegen, das gesamte Beziehungsnetzwerk des Klienten zu stärken und zu verbessern. Erfolgsgeschichten und Zeugnisse Die Wirksamkeit der systemischen Therapie wird durch zahlreiche Erfolgsgeschichten und positive Rückmeldungen von Klienten bestätigt. Viele berichten, dass sie durch die Therapie nicht nur eine Verbesserung ihrer individuellen Symptome erfahren haben, sondern auch eine tiefgreifende Veränderung in ihren Beziehungen und in ihrem allgemeinen Wohlbefinden. Zum Beispiel erzählen Klienten oft, dass sie durch die systemische Therapie gelernt haben, Konflikte in ihren Beziehungen besser zu verstehen und zu bewältigen, was zu einer allgemeinen Verbesserung der Lebensqualität führt. Solche Zeugnisse unterstreichen die Bedeutung einer ganzheitlichen Betrachtung der psychischen Gesundheit und die Rolle, die die systemische Therapie dabei spielen kann. Dieser Abschnitt zeigt, dass systemische Therapie in der Praxis eine wirkungsvolle und transformative Herangehensweise sein kann, die sowohl das Individuum als auch dessen Umfeld positiv beeinflusst. Im folgenden Abschnitt werden wir uns genauer mit der Rolle der systemischen Therapie in der öffentlichen Gesundheit beschäftigen. Die Rolle der systemischen Therapie in der öffentlichen Gesundheit Diskussion über den Einfluss auf die öffentliche Gesundheit Die systemische Therapie hat das Potenzial, einen tiefgreifenden Einfluss auf die öffentliche Gesundheit auszuüben. Durch ihren Fokus auf Beziehungen und Interaktionen bietet sie einen einzigartigen Zugang zur Behandlung und Prävention psychischer Störungen. Sie berücksichtigt, wie soziale Faktoren wie familiäre Dynamiken, sozioökonomischer Status und kulturelle Hintergründe die psychische Gesundheit beeinflussen können. Indem sie diese Aspekte in die Behandlung einbezieht, kann die systemische Therapie dabei helfen, die Ursachen psychischer Probleme umfassender zu verstehen und anzugehen. Dies ist besonders wichtig in einer Gesellschaft, in der psychische Erkrankungen zunehmend verbreitet sind und die Notwendigkeit effektiver, ganzheitlicher Behandlungsansätze immer dringlicher wird. Wie kann systemische Therapie zur Lösung von Gemeinschafts- und Familienproblemen beitragen? Die systemische Therapie kann einen wesentlichen Beitrag zur Lösung von Problemen in Gemeinschaften und Familien leisten. Indem sie die Wechselwirkungen innerhalb eines Systems, sei es eine Familie, eine Gruppe oder eine Gemeinschaft, betrachtet, ermöglicht sie ein tieferes Verständnis der zugrunde liegenden Dynamiken, die zu Konflikten oder psychischen Problemen führen können. In der Familientherapie beispielsweise hilft sie, Kommunikationsmuster zu verbessern und das Verständnis füreinander zu vertiefen, was zu gesünderen und stabilen Beziehungen führt. In Gemeinschaften kann sie dazu beitragen, das Bewusstsein für die Bedeutung psychischer Gesundheit zu erhöhen und präventive Maßnahmen zu unterstützen, die das Wohlbefinden fördern. Prävention und Frühintervention – Schlüsselkonzepte Ein entscheidender Aspekt der systemischen Therapie in der öffentlichen Gesundheit ist ihre Rolle bei der Prävention und Frühintervention. Indem sie frühzeitig interveniert und präventive Strategien in Gemeinschaften und Familien implementiert, kann sie dazu beitragen, die Entstehung psychischer Störungen zu verhindern oder deren Verlauf abzumildern. Dies schließt ein, Risikofaktoren in sozialen Umgebungen zu identifizieren und zu bearbeiten, bevor sie zu ernsthaften Problemen werden. Die systemische Therapie stärkt die Resilienz von Individuen und Gruppen, fördert gesunde Beziehungsmuster und unterstützt das Schaffen einer unterstützenden, empathischen Gemeinschaftskultur. In diesem Abschnitt haben wir gesehen, wie die systemische Therapie in der öffentlichen Gesundheit eine Schlüsselrolle spielen kann, indem sie nicht nur individuelle, sondern auch soziale und gemeindebasierte Ansätze zur Förderung psychischer Gesundheit bietet. Der nächste Abschnitt wird sich mit den Herausforderungen und Chancen beschäftigen, die sich aus der Anwendung der systemischen Therapie ergeben. Herausforderungen und Chancen Aktuelle Herausforderungen in der Anwendung der systemischen Therapie Obwohl die systemische Therapie viele Vorteile bietet, sind auch Herausforderungen mit ihrer Anwendung verbunden. Eine der Herausforderungen besteht darin, dass sie eine umfassende Schulung und ein vertieftes Verständnis der systemischen Prinzipien erfordert, was Zeit und Engagement erfordert. Es kann für Therapeuten, insbesondere für Erfahrene, schwierig sein, von traditionellen Ansätzen zu wechseln. Zudem gibt es gelegentlich Widerstand seitens Klienten, die sich zunächst schwer damit tun, die tieferen sozialen Zusammenhänge zu erkennen und zu akzeptieren. Diese Herausforderungen erfordern eine kontinuierliche Fortbildung und Anpassung der therapeutischen Praxis. Zukunftsaussichten und Entwicklungsmöglichkeiten Trotz der Herausforderungen bietet die systemische Therapie auch zahlreiche Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten. In einer Zeit, in der psychische Gesundheitsprobleme weltweit zunehmen, wird die Nachfrage nach ganzheitlichen und sozial kontextualisierten Therapieansätzen größer. Dies eröffnet Psychotherapeuten, insbesondere Erfahrenen, die Möglichkeit, ihre Fachkenntnisse zu erweitern und ihren Klienten effektivere Lösungen zu bieten. Die systemische Therapie kann auch in der interdisziplinären Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten im Gesundheitswesen eine wichtige Rolle spielen und so zu einer ganzheitlicheren Gesundheitsversorgung beitragen. Persönliche Reflexion Wie kann diese Methode ihre Praxis bereichern? Für erfahrene Psychotherapeuten bietet die systemische Therapie die Chance zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Indem sie sich mit neuen Ansätzen und Techniken vertraut machen, können sie ihre therapeutische Flexibilität und Effektivität steigern. Sie können ihre Fähigkeit zur Identifizierung und Bearbeitung von Beziehungsdynamiken in ihrer Praxis stärken, was zu besseren Ergebnissen für ihre Klienten führen kann. Die systemische Therapie eröffnet auch die Möglichkeit, neue Ansätze zur Prävention und Frühintervention in ihrer Gemeinschaft oder Praxis zu implementieren und so einen positiven Einfluss auf die öffentliche Gesundheit auszuüben. Insgesamt sind die Herausforderungen und Chancen in der Anwendung der systemischen Therapie eng miteinander verbunden. Durch die Überwindung der Herausforderungen und die Nutzung der Chancen können erfahrene Psychotherapeuten eine bereichernde und effektive Praxis gestalten, die die psychische Gesundheit ihrer Klienten und der Gesellschaft als Ganzes verbessert. Im nächsten Abschnitt werden wir uns auf Fortbildung und Ressourcen konzentrieren, die ihnen bei der Integration der systemischen Therapie in ihre Praxis helfen können. Fortbildung und Ressourcen Wichtige Ressourcen und Fortbildungsmöglichkeiten für Psychotherapeuten Als erfahrener Psychotherapeut, der sich für die Integration der systemischen Therapie interessiert, stehen ihnen verschiedene Ressourcen und Fortbildungsmöglichkeiten zur Verfügung. Eine wichtige Ressource sind Bücher und Fachliteratur, die sich mit systemischer Therapie beschäftigen. Hierzu gehören Werke von renommierten Autoren wie Salvador Mnuchin, Murray Bowen und Virginia Satire. Diese Bücher bieten vertiefte Einblicke in die theoretischen Grundlagen und praktischen Anwendungen der systemischen Therapie. Workshops, Seminare und Online-Kurse Eine effektive Möglichkeit, ihr Wissen über systemische Therapie zu vertiefen, sind Workshops, Seminare und Online-Kurse. Zahlreiche Fortbildungsinstitute und Universitäten bieten Programme an, die auf erfahrene Psychotherapeuten zugeschnitten sind. Diese Veranstaltungen umfassen oft praktische Übungen, Fallstudien und die Gelegenheit zur Interaktion mit Experten auf dem Gebiet. Online-Kurse ermöglichen ihnen, flexibel zu lernen und ihr Wissen in ihrem eigenen Tempo zu vertiefen. Die Möglichkeit des Austauschs mit Kollegen und Dozenten kann ebenfalls sehr bereichernd sein. Networking und Erfahrungsaustausch Warum ist das wichtig? Networking und Erfahrungsaustausch sind wesentliche Bestandteile ihrer Fortbildung in systemischer Therapie. Der Austausch von Ideen, Herausforderungen und Erfahrungen mit Kollegen und Experten auf diesem Gebiet kann ihre Perspektiven erweitern und ihnen neue Einsichten bieten. Sie können von den Erfahrungen anderer Therapeuten profitieren und ihre eigenen Fähigkeiten durch den Dialog und die Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten weiterentwickeln. Dies kann auch dazu beitragen, ein unterstützendes berufliches Netzwerk aufzubauen, von dem sie in ihrer täglichen Praxis profitieren können. Zertifizierungen und Fachverbände Zertifizierungen in systemischer Therapie sind ein Weg, um ihre Expertise offiziell anzuerkennen und ihre Glaubwürdigkeit zu stärken. Es gibt verschiedene internationale und nationale Fachverbände, die Zertifizierungsprogramme anbieten. Der Erwerb einer Zertifizierung kann ihre berufliche Praxis fördern und ihnen zusätzliche Anerkennung in der Psychotherapie-Community verschaffen. Insgesamt bieten Fortbildung und Ressourcen zahlreiche Möglichkeiten, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in der systemischen Therapie zu erweitern. Durch die gezielte Nutzung dieser Ressourcen können sie ihre Praxis bereichern, ihre therapeutische Wirksamkeit steigern und einen positiven Einfluss auf die psychische Gesundheit ihrer Klienten und der Gemeinschaft insgesamt ausüben. In der Schlussfolgerung werden wir die wichtigsten Punkte zusammenfassen und sie zu weiteren Schritten ermutigen. Schlussfolgerung Die Bedeutung der systemischen Therapie in der Psychotherapie-Praxis In dieser Fortbildung haben wir die systemische Therapie als eine wertvolle und ganzheitliche Herangehensweise an die Psychotherapie erkundet. Wir haben gesehen, dass sie sich von anderen Therapieformen abhebt, indem sie den Fokus auf Beziehungen und soziale Systeme legt. Für erfahrene Psychotherapeuten bietet die systemische Therapie die Möglichkeit, ihr therapeutisches Repertoire zu erweitern und effektivere Lösungen für eine Vielzahl von psychischen Gesundheitsproblemen anzubieten. Die Anwendung der systemischen Therapie in der Praxis und ihre Auswirkungen Wir haben untersucht, wie die systemische Therapie in der Praxis angewendet wird und welche Auswirkungen sie auf Klienten und deren Beziehungen haben kann. Durch Fallbeispiele haben wir gezeigt, wie sie dazu beitragen kann, individuelle und soziale Probleme zu verstehen und zu bewältigen. Dieser Ansatz kann zu tiefgreifenden Veränderungen führen, die über die Symptombeseitigung hinausgehen und das gesamte soziale System positiv beeinflussen. Die Rolle der systemischen Therapie in der öffentlichen Gesundheit Wir haben auch die Bedeutung der systemischen Therapie in der öffentlichen Gesundheit beleuchtet. Durch Prävention und Frühintervention kann sie dazu beitragen, psychische Gesundheitsprobleme auf breiter gesellschaftlicher Ebene anzugehen. Ihre Betonung von Beziehungen und sozialen Kontexten macht sie zu einem wertvollen Werkzeug für die Förderung der psychischen Gesundheit in Gemeinschaften und Familien. Herausforderungen und Chancen für erfahrene Psychotherapeuten Wir haben die Herausforderungen und Chancen für erfahrene Psychotherapeuten in Bezug auf die systemische Therapie beleuchtet. Diese Herangehensweise erfordert eine kontinuierliche Fortbildung und die Bereitschaft, traditionelle Denkmuster herauszufordern. Gleichzeitig bietet sie die Chance zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung, zur Erweiterung des therapeutischen Repertoires und zur positiven Beeinflussung der öffentlichen Gesundheit. Insgesamt zeigt diese Fortbildung, dass die systemische Therapie eine bedeutende Rolle in der modernen Psychotherapie und der öffentlichen Gesundheit spielen kann. Wir ermutigen sie, ihr Interesse an dieser Therapieform weiter zu vertiefen, Fortbildungsmöglichkeiten zu erkunden und sie in ihre Praxis zu integrieren. Durch die Anwendung der systemischen Therapie können sie nicht nur ihre eigene therapeutische Kompetenz erweitern, sondern auch einen positiven Beitrag zur psychischen Gesundheit ihrer Klienten und ihrer Gemeinschaft leisten. Was nun? Weiterbildung und Vertiefung des Wissens Der erste Schritt auf dem Weg zur Integration der systemischen Therapie in ihre Praxis ist die Weiterbildung und Vertiefung ihres Wissens. Erkunden sie Fortbildungsmöglichkeiten, die speziell auf erfahrene Psychotherapeuten zugeschnitten sind. Dies kann die Teilnahme an Workshops, Seminaren oder Online-Kursen umfassen. Investieren sie Zeit und Ressourcen in das Studium von Fachliteratur und Büchern, die sich mit systemischer Therapie befassen. Je besser ihr Verständnis dieser Therapieform ist, desto effektiver können sie sie in ihrer Arbeit einsetzen. Aktive Netzwerkbildung und Erfahrungsaustausch Nutzen sie die Gelegenheit, sich mit Kollegen und Experten auf dem Gebiet der systemischen Therapie zu vernetzen. Der Erfahrungsaustausch kann wertvolle Einblicke und Inspiration bieten. Sie können von den Erfahrungen anderer Psychotherapeuten lernen, Fallbeispiele diskutieren und gemeinsam Lösungen für komplexe Fälle erarbeiten. Fachverbände und lokale Gruppen bieten oft Möglichkeiten zur Teilnahme an Treffen und Konferenzen, die den Austausch fördern. Berücksichtigung der systemischen Perspektive in der Praxis Beginnen sie, die Prinzipien der systemischen Therapie in ihrer Praxis zu integrieren. Betrachten sie ihre Klienten nicht nur als individuelle Fälle, sondern analysieren sie die Beziehungsdynamiken und sozialen Kontexte, die ihre Probleme beeinflussen. Experimentieren sie mit systemischen Techniken wie zirkulärem Fragen oder Reframing, um neue Einsichten zu gewinnen. Sie können schrittweise systemische Ansätze in ihre bestehende Arbeit integrieren und beobachten, wie sich dies auf die Ergebnisse ihrer Klienten auswirkt. Prävention und Frühintervention Erwägen sie die Anwendung der systemischen Therapie im Kontext von Prävention und Frühintervention. Identifizieren sie in ihrer Gemeinschaft oder Praxisbereiche, in denen sie frühzeitig eingreifen können, um psychische Gesundheitsprobleme zu verhindern oder abzumildern. Entwickeln sie Programme oder Workshops, die auf die Stärkung von Beziehungen und sozialen Faktoren abzielen. Ihre Expertise in systemischer Therapie kann dazu beitragen, die psychische Gesundheit in ihrer Umgebung zu fördern. Zertifizierung und Anerkennung Wenn sie sich in der systemischen Therapie weiterentwickeln, erwägen sie die Möglichkeit einer Zertifizierung. Eine offizielle Zertifizierung kann ihre Fachkenntnisse anerkennen lassen und ihre berufliche Glaubwürdigkeit stärken. Untersuchen sie die Zertifizierungsprogramme, die von nationalen und internationalen Fachverbänden angeboten werden, und entscheiden sie, welches am besten zu ihren Zielen passt. Insgesamt ist die Integration der systemischen Therapie in ihre psychotherapeutische Praxis ein lohnendes Unterfangen, das ihr therapeutisches Repertoire erweitern und positive Auswirkungen auf die psychische Gesundheit ihrer Klienten haben kann. Wir ermutigen sie, die oben genannten Schritte zu unternehmen und aktiv an ihrer beruflichen Entwicklung zu arbeiten. Die systemische Therapie bietet eine ganzheitliche Perspektive, die dazu beitragen kann, die Lebensqualität ihrer Klienten zu verbessern und einen nachhaltigen Beitrag zur öffentlichen Gesundheit zu leisten. оды four Fly amigos SD